Heute noch Schalke-Talk oder eher unpassend? Was soll ich über Schalke groß erzählen, Jungs? Broski und ich haben, ich glaube, das letzte Video auf dem Highlight-Kanal haben Broski und ich einen Talk gemacht. Ein sehr, sehr cooler Kommentar, ohne Spaß. Da gehen nochmal Props raus an den Bruder, der den ganzen Talk gefiltert hat anhand von Minutenzahlen und gesagt hat, was ihm aus seiner Sicht nicht passt mit Begründungen und keine Ahnung was. Ey, ohne Spaß, das war ein sehr konstruktiver Kommentar. Bin ich nicht mit allem Feinden, was er da geschrieben hat, aber muss man ja auch am Ende nicht. Aber wirklich nochmal hier, Props waren starkes Ding. Aber am Ende des Tages, was soll ich euch erzählen? Guckt euch doch an, wie die zocken. So, du darfst auch nichts mehr erzählen über Schalke, weil die haben kein Geld. Ja, dann bleiben wir dabei, die haben kein Geld und das war's. Die haben kein Geld, müssen sich von jedem abschießen lassen, let's go. So, was soll man dazu noch erzählen? Ich kann euch dazu nichts mehr sagen. Und auch, dass auf einmal Schalke doch da war. Irgendwann wird der Tag kommen. Da wird's gejobbt werden, warum er erst nicht gekommen ist und dann doch. Irgendwann wird der Tag kommen. Aber jetzt gerade nicht, weil ich oder gerade vielmehr Browski sind ja diejenigen, die am meisten Unruhe in dem Verein schüren. Das ist ja mittlerweile auch bekannt, ne? Weil wir ja so einen riesen Einfluss haben auf den Verein. Für mich einziger Lichtblick gestern war Kusuki. Aber auch schon gegen Frankfurt. Weil der einfach eine unbekümmerte Art hat, Fußball zu spielen. Der möchte sich einfach zeigen, der möchte ein bisschen Spaß haben, der möchte was probieren auch mal. Funktioniert nicht immer alles. Hat auch so einen unangenehmen Ballverlust gehabt, aber mein Gott, das gehört dazu, ne? Erster Eindruck von Frey. Auch positiv überrascht tatsächlich. Also ich kannte zu dem Spieler gar nichts. Ich wusste, dass er damals in Nürnberg war und in Nürnberg viele gesagt haben, der trifft kein Scheuntor. Abschluss jetzt noch schwierig zu beurteilen, aber generell so in Dienst der Mannschaft gestellt, anhand vom Spielertyp her so, war ich erst mal positiv überrascht. Und im Prinzip bin ich eins zu eins bei dem, was Reiß in der Pressekonferenz gesagt hat. So darfst du dich halt nicht präsentieren. Ja, es war Leipzig, aber Bro, come on, Alter. Konzentration ist doch eine Grundvoraussetzung. in einem Spiel. Und da waren so viele unkonzentriert. Aber ihr hattet gerade reingeschrieben, ich konnte vorher nicht, ich musste hier die ganze Zeit noch einstellen und den ganzen Scheiß. Was für ein Verteidiger ist auf dem Weg nach Schalke? Wenn meiner verraten, wer der... Hä, wer ist das denn? Den findest du ja nicht mehr auf Transfermarkt. Moritz Lenz? Jens, wer schreibt denn Moritz? Jens Lenz? Gibt's auch nicht! Moritz Jens. Meine Fresse, Alter! Jens Lenz. Oh, da ist er doch. Von Celtic Glasgow? Oha! Chat, den kennen wir doch aus FM, oder bin ich blöd? Jens Lenz. Der sieht aus wie zwei verschiedene Spiele, aber ich komm... Es ist so offensichtlich, aber ich komm nicht drauf. Ja, so ein bisschen... Henrichs Kehrer, so ein bisschen aus allem. Keine Ahnung, kann ich gar nichts zu sagen. 23 Jahre, 1,90. Elf Spiele, zwei Tore bei Celtic. Klingt erstmal... Klingt erstmal nicht so verkehrt, ne? Mal ein bisschen physische Aspekte da hinten mal in die Verteidigung bringen. Aber ich kann zudem tatsächlich nichts sagen, ob der schnell ist, ob der zweikampfstark ist, das weiß ich nicht. Aber 4 Millionen Marktwert wird wahrscheinlich auch nicht von ungefähr kommen, ne? Ist es denn durch, oder wie darf ich das verstehen? Mit Kaufoptionen. Ich meine, eine Kaufoption an für sich ist ja immer nicht verkehrt, ne? Aber wenn du dir mal anguckst, wie viele da eine Kaufoption haben... Wie wollen die das denn alles ziehen, Alter? Ist ja nur eine Option, ne? Dass du die Möglichkeit hättest, aber... Bro, selbst wenn die in der Liga drinbleiben, die können doch nicht alle Kaufoptionen ziehen. Change my mind, Chat. Selbst wenn die in der Liga drinbleiben, die können doch niemals alle Kaufoptionen ziehen. Ja, ist... Ist für mich aber auch ein Signal, das Vandenberg, Alter. Dass du den wohl vergessen kannst, war? Ja, sind halt sehr, sehr viele Schlüsselspieler verletzt, ne? Change my mind. Ich sage, sollte Skarke wirklich das mitbringen, was die sich da alle von dem wahrscheinlich oder anscheinend erhoffen, dann wird Bülter auch auf die Bank gehen, ne? Dann wirst du offensiv wahrscheinlich, oder offensiv ist wahrscheinlich der Plan, Skarke frei und, äh, Kuzuki, ne? Der Rodda auch Bank, war ja jetzt auch schon Bank. Aber wie wollen die das sonst machen? Wenn Rodri da ist, der wird wahrscheinlich dann in die Zentrale rücken. Einfach 4-2-4 wie FM. Da sehen wir, es funktioniert. Ich weiß nicht, anscheinend ist der Trainer eher ein Fan von dem Frey, ne? Bülter niemals Bank, hat die meisten Buden gemacht. Aber anders, anders wird da für mich kein Sinn machen, mit der Formation, die die jetzt spielen. Wo sollen da ein Bülter hin? Über meine Augen Lichtblick. Lichtblick war für mich Kuzuki. Bei Frey war ich angenehm, angenehm überrascht. Also positiv überrascht. Auch wenn das Spiel halt, Bruder. Aber, ohne Spaß, könnt ihr, könnt ihr halten, von was ihr wollt. Dortmund-Fans, Gladbach-Fans werden das safe anders sehen, bei dem Trainer. Aber ich hab mit dem bisher noch nicht, halt so einen Konflikt austragen müssen, dass der von meinem Verein weggegangen ist. Bei Dortmund war das ja noch mal ein bisschen was anderes. Aber, ich bin jetzt kein Prinzip-Hater von wegen, nur weil der bei RB ist. Aber ohne Spaß, als Schalke-Fan muss ich sagen, Riesen-Respekt an Rose, ne? Also die Pressekonferenz, die war schon sehr empathiehaft. Hab ich ihm auch abgekauft, was er da gesagt hat. Also sehr respektvoll. Das hat er bei der Pressekonferenz gesagt. Thomas Reis, alles, alles Gute gewünscht. So das Standarddingen. Aber einfach die Worte, die er noch gewählt hat, so. Dass er glaubt, dass die da rauskommen und gerade ist eine schwere Zeit und man muss jetzt zusammenhalten und also sehr viele, sehr viele, sehr viele Worte Richtung Schalke, die er hätte nicht machen müssen. Also ich fand's, fand's sehr respektvoll von ihm. Diese Aussage wird mir wahrscheinlich in zwei, drei Monaten so maximal um die Ohren fliegen. aber Bruder, aber Bruder, gib Thomas Reis einen Fünf-Jahres-Vertrag und lass den fünf Jahre machen. Die Aussage wird mir so um die Ohren fliegen. Aber das ist endlich mal ein Trainer. Ja, die Ergebnisse sind gerade nicht da, aber Bro, das ist, für mich ist das der richtige Trainer auf Schalke. Vom Typ her, von dem, wie er Dinge analysiert, von dem, was er auch in Pressekonferenzen sagt, nicht zu viel Spieler in Schutz nehmen, auch mal drauf, brauchen die auch mal. Aber ich finde, das ist der Trainertyp, nachdem du jahrelang gesucht hast, finde ich, ich finde, der passt perfekt nach Schalke. Ja, der rüffelt die Spieler auch mal, genau das meine ich. Da bringt auch einer mal eine schlechte Leistung, der geht dann in die zweite runter, hat er mit dem CC auch gemacht. Der sagt, der hat Potenzial, der kann das aber hier nicht abrufen, weil der abgelenkt ist, dann geht der runter in die zweiten, um sich darauf wieder zu fokussieren. Das sind so Tugenden, die mache ich manchmal. Aber genau so muss das sein. Oder auch mal in der PK, jetzt nicht namentlich, aber auch mal Spieler anzählen. Oder auch mal in der Pressekonferenz öffentlich was fordern. Und nicht immer blind davor stellen. Reißer hat keinen Rückhalt, wirst du sehen, der wird nochmal gefeuert. Wenn die den auch noch rausschmeißen, dann ist es für mich absolut offiziell, Schalke hat die dümmste und dämlichste Führung, die es in der ganzen Fußballwelt weltweit gibt. Kreisliga-Teams mit eingeschlossen. Alle da oben dürfen sich angesprochen fühlen dann. Alle. Ist ja für einige wahrscheinlich jetzt schon offenes Geheimnis, die kein Schalke-Fan sind. Aber Bruder, dann ist es offiziell. Verstehe nicht, wieso man nicht einfach mal seinen Stolz zur Seite packt und Tönnis um ein Darlehen bittet. Nee, bei mir war das so, Tönnis hatte sich angeboten. Und der hat genug Scheiße verzapft auf Schalke, aber ich hätte ihm das so gesagt, pass auf, du willst Geld geben, dann gib Geld, aber wir werden sagen, oder wir werden das so verkaufen, dass das quasi so deine Bringschuld ist. Jetzt nicht eine Entschuldigung, aber das ist so deine Bringschuld. Wir werden dir die Kohle nicht zurückzahlen, wir nehmen das Geld, damit wir das und das bezahlen können und du bist ruhig. Wenn du das nicht willst, dann scheiß drauf. Dann scheiß drauf, dann behalt dein Geld. Mach kein Geldgeber der Welt, ja, aber das wäre das Einzige, wann ich von Tönnis noch Geld annehmen würde. Wäre ein Traum-Szenario, ja, ich weiß. Ich weiß auch nicht, ob ich noch ein Pinnen bin oder was, keine Ahnung. Wir müssen endlich von der EV weg, ja, damit wäre vor ein paar Jahren alles ein bisschen ruhiger, ist auch schwer gesagt, weil du nicht weißt, was die dann für Leute da eingekauft hätten oder was weiß ich nicht was, dann hätten sie das Geld auch noch verwirtschaftet oder verhunzt. Aber am Ende stehst du mit dem Kopf vor der Wand und jedes Jahr, was du weiter wartest, wenn du die Entwicklung siehst, du wirst immer weniger Geld dafür kriegen. Immer weniger. Weil Attraktivität für Sponsoren, Partner, was weiß ich nicht was, halt immer mehr sinkt, ne. Ist nun mal so. Kannst du dich noch zehn Jahre meinen, darauf ausruhen zu können, dass du der FC Schalke 04 bist. Der Name zieht immer noch. Ja, immer noch. Aber der hat nun mal einen Knacks gekriegt und keinen kleinen. Aber wie gesagt, ihr wisst, wie ich die letzten Jahre über Trainer auf Schalke geredet habe. Das Positivste, glaube ich, was ihr mir entlocken konntet, war, ey, der kriegt von mir erstmal eine Chance, aber ich glaube, das wird nicht funktionieren. Das waren die Standardsachen zu den letzten fünf Trainern auf Schalke, glaube ich. Und jetzt bin ich zum ersten Mal so weit, dass ich sage, behalte ihn jetzt bitte, Alter. Ah, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie die Stimmung bei der breiten Masse der Schalker Fans ist in Bezug auf Reis. Keine Ahnung. Aber ich finde den Kerl klasse. Deine Meinung zu Weinziel und Schalke, was war das Problem? Bayerische, ist das ein bayerischer Typ? Solche Leute passen nicht auf Schalke, Bruder. Alleine von der, von der Kulturmentalität her. So was wie Baum, Weinziel, das passt nicht in den Pott. Weinziel ist auch nochmal so ein ganz eigener Typ, ne? Der kam auch für die, für mich kam der nie nahbar vor. Mir hat der immer den Anschein gemacht, als wenn der seine Nase, keine Ahnung, wo in den Wolken hat, Alter, und ich bin unten irgendwo, irgendwo in der Kacke am rumschwimmen, ne? Den Eindruck hat der mir immer vermittelt. Weißt du hin oder her, wenn die Serie so weitergeht, musst du ja auch die Koffer packen oder meinst du, mit dem in Liga 2 gehen, mit dem in Liga 2 gehen, ja. Wenn du absteigst, mit dem in Liga 2 gehen. Du wirst keinen besseren Trainer auf dem Markt finden, der so in das Profil Schalke 04 passt wie Reis. Das ist mein Take. Als Hertha-Fernsicht, aktuell außer Hertha und Schalke keine Mannschaft, die auf Platz 17 oder 18 landen könnte. Wie siehst du das? 18 nicht, aber Stuttgart ist halt auch noch nicht weg, ne? Also Schalke ist 5 Punkte hinter Hertha, 6 Punkte hinter Augsburg, 7 hinter Bochum und Stuttgart. Ja, du musst dir mal überlegen, so, ne? Ich meine, klar, Frankfurt, Leipzig, ne? Schwierig, da was zu holen, wenn du gegen Platz 2 und 3 spielst direkt. Aber hättest du ein Spiel davon gewonnen, wie auch immer, dann hättest du jetzt halt 12 Zähler auf der Uhr und das wären nur 4 Punkte. Glaube, daran habe ich nicht mehr, aber schnell gehen kann das alle Male. Da muss man fairerweise auch sagen, das sind jetzt nicht 20 Punkte, die die da unten trennen. Das sind halt 2 Spiele. Ich weiß es nicht, Alter. Mir fehlt auf jeden Fall der Glaube da dran. Schalke, für mich den noch einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht im Vergleich zu Kramer ja sicher. Wer da was anderes sagt, dem kann es halt nicht helfen. Nur Reis muss jetzt halt mit dem arbeiten, was er hat. Denn Kramer konnte nochmal mit ein paar anderen Leuten arbeiten, die jetzt alle verletzt sind. Mit denen konnte Reis nicht arbeiten oder die einbauen ins System. Meins vor 2 Jahren 7 Punkte nach 17 Spielen möglich ist. Ja, möglich ist alles. Klar. Nur dafür musst du langsam anfangen, weißt du? Bleibt auf jeden Fall interessant. So, der nächste Spieltag ist jetzt gegen Köln. Köln ist mal eben über Bremen gerollt. Das kann ich jetzt auch schon wieder gar nicht deuten, was uns da erwarten wird. So, Stuttgart muss gegen Leipzig ran, in Leipzig. Augsburg gegen Freiburg. Hertha, Derby. Eigentlich könnte das Schalke Spieltag werden. Aber Bro, wie willst du, wie willst du gegen Köln gerade was holen? Gegen Bayern haben die auch übelkrank gespielt. Wie willst du gegen Köln gerade was holen? Wird halt nicht leichter für Schalke. Nee, aber das wäre so ein Spieltag, wo du, ein Spieltag, den du zu deinem machen könntest mit einem Sieg. Aber, wie gesagt, ich weiß gerade nicht, wie du gegen Köln gewinnen sollst. Ja, gegen irgendwen musst du halt anfangen zu punkten. Das ist halt, das ist halt leider so. Die Frage ist, wann und ob Schalke damit überhaupt noch anfängt. Aber das werden wir wahrscheinlich die nächsten Spieltage alle zur Freude oder nicht Freude feststellen dürfen. Ich bin, ich bin sehr, sehr gespannt, was das noch geben wird.